Das Jahr neigt sich dem Ende zu, der Weihnachtsstress weicht innerer Ruh, sind die Hörsäle ein paar Tage leer, dann weiß man, es weihnachtet sehr. Wie immer gehören zu dieser Zeit die Liebsten und Besinnlichkeit. Und gerne auch, so soll es sein, eine Tasse voll mit glühendem Wein. Auf dem Markt ergibt sie ihn heiß, doch leider zu gar wucherndem Preis. Der Student aber, sparsam und smart, kauft Glühwein nur im Supermarkt. Doch heizt man ihn auf und tut dies eilig, ist der Geschmack noch etwas langweilig. Es fehlt, für den perfekten Genuss, von diesem und jenen noch ein Schuss. Und wenn man schon mal im Laden steht, sag ich dir, wie es einfach geht. Es ist nicht viel, was du da brauchst, für einen leckeren Gaumenschmaus. Nun spitzt die Ohren, es ist ganz leicht, damit die Ödnis den vollen Aromen weicht, dann hast du mit diesem Rezept dein Getränk schnell aufgepeppt. Den Glühwein gießt in einen Topf, aber nicht zu heiß, behalte diesen Kopf. Als nächstes ins Getränk wir schneiden, Orangen und Zitronenscheiben. Nun pass auf und gib fein acht, Zimtstangen haben noch jeden Glühwein besser gemacht. Ein paar Nelken noch hinzu, rasch erhitzen und im Nu, nach einer kurzen Wartezeit, ist es dann auch schon soweit. Es kann zum Wärmen und Genießen leckerer Glühweine nun fließen. Aber trinke mit Bedacht, sonst wird's eine kurze heilige Nacht. Und wir wünschen, keine Frage, dir ein paar frohe Weihnachtstage. Und wir wünschen, keine Frage, dir ein paar Wartezeit.